Aha, ein Erstsemesterling. Sie studieren in Trier? Gut. Sie wollen sich in Trier auskennen? Noch besser. Sie wollen sprechen wie ein Trierer? Gut, sprechen Sie mir nach. Tag, wir kommen nicht dann hier am schnellsten und n-düm. Das war schon gar nicht schlecht. Und jetzt? Wie heißt unser Fußballverein? Eintracht Trier. Richtig. Und jetzt lernen Sie unseren Schlachtgesang. Eintracht Trier. So heißt unser Club. Eintracht Trier. Dies Jahr steißt du ab. Bitte dreimal nachsingen. Das war sicher anstrengend. Aber nun zum Lohn. Einen kleinen Schlenker zum Besten, was die Uni zu bieten hat. Zur Mensa. Doch gibt es nicht nur nationales, internationales, nein, auch regionales Essen. Tertisch, Deppelappes, gebagene Muselfisch, Blut- und Leberwurst. Und dabei kann man gute Wein trinken oder Fiez. Sprechen Sie mir nach. Chef, ich hätte gern Putz-Fiez. Wenn Sie dann unser Nationalgetränk Fiez gekostet haben, ist eins klar. Wir fahren kein Auto mehr. Wir fahren kein Fahrrad mehr. Nein, wir nehmen den Bus. Öffentlicher Personennahverkehr ist die Devise. Ganz Trier ist von oben bis unten, von rechts und links vernetzt. Und Sie kommen überall preiswert und schnell hin. Sprechen Sie mir nach, wie Sie den Busfahrer ansprechen sollen. Chef, fahr mich mal ins Städtschi rin. Und lass mich an einem Schienenkneipschi raus. So, jetzt haben Sie ein bisschen gelehrt, wie die Trierer zu schwätzen. Ach, Quatsch. Jetzt haben Sie etwas gelernt über Trier und wie die Trierer sprechen. Jetzt zur letzten Lektion. Ein Trierer Lied, das Sie immer wieder auf den Lippen haben sollten, wenn die Trierer Ihnen fremd und unheimlich vorkommen. Singen Sie mir leise nach. Einmal in der Woche, da gehen Sie an die Porta. Huckt mein Schuppe, schwarze Stano, bamble mit der Bahn. So ist das seit früher, hei bei uns in Trier. Wo die Porta Nigra steht, da sind Sie da. Viel Spaß in Trier.